Herzlich Willkommen Freunde. Hier, es gibt eine traurige Nachricht und das werdet ihr hier sehen. Wer letztes Jahr noch so aktiv war, hier hinten läuft gerade ein Spiel. Wer letztes Mal noch so aktiv war, hier sieht man es. Letztes Jahr hatte ich noch 800 Abonnenten. Da nannte sich etwas Mais Schlag. Bitte schaut doch mal in die Playlist vorbei, guckt euch das an. Und dieses Jahr, wir hatten den Befuggen, dass es passiert und es ist dieses Jahr leider kein Mais gepflanzt worden, sondern Weizen. Das ist die traurige Nachricht. Sehr traurige Nachricht, Freunde. Hier, können wir nochmal sehen. Es ist leider Weizen, Freunde. Und geht es hier gerade und man sieht hier sofort die Spuren. Hier seht ihr es. Das ist sehr, sehr schlecht. Hier sieht man sofort die Spuren, Freunde. Schlechte Nachricht hier. Leider dieses Jahr keine Mais Schlag, außer wir suchen andere Orte. Tut mir leid, Freunde. Bis nächstes Mal, bis nächstes Jahr. Aber dieses Mal kommt in diesem Maisfeld hier, wo leider ein Maisfeld war, keine Mais Schlag. Vielleicht kommt eine Weizen Schlag oder irgendwie sowas ähnliches. Bitte schreibt es in die Kommentare, Ideen, was man bei Weizen machen kann. Hier ist es auch sehr hoch. Hier in meinen Schuhen im Gegensatz. Hier. Also da könnte man natürlich schon was machen. Hier hat es gerade ausgesehen, als wäre ich nackt. Ja, man könnte natürlich schon was machen. Ist ja nicht jetzt niedrig. Aber Freunde, es ist leider sehr traurig. Hier nochmal. Dieses Jahr keine Mais Schlag, außer wir gehen woanders hin. Auf diesem Feld hier leider nicht. Das war's mit der traurigen Nachricht, Freunde. Tschüss. Das wollte ich da. Tschüss. Tschüss! Aars.